ein euro eine stunde eine stunde die mag ich gar nicht ja Komm, komm, komm. Laufen, 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 laufen. Das ist alles Einbahnstraße hier. Ja. Normalerweise bin ich hier irgendwo umgekommen. Ich weiß nicht, dass ich hier mal die Lücke habe. Ich muss hier mal die Lücke haben. Da kommt ein. Die läuft nicht los, oder? Die Lücke ist los. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Ich muss hier mal aufpassen. Ich muss hier nicht loswerden. Ja, das ist alles Einbahnstraße. Ah, hier. Ja, hier auch. Ja, pass. Aber da auch. Ich muss hier. Ich muss hier aufpassen. Ist die Posten los? Was? Ist die Posten los? Ja, ich muss hier. Alle können hier. Oh. Ah, vielleicht ist Bohnen. Da hat einer. Bohnen vielleicht hier. Da hat einer. Ne, da bist du Zeitung gemacht. Zeit. Auch ein Ticket, auch ein Ticket. So. Ja. Auch nicht. Das ist ja lecker. Ich habe hier schon gemacht. Erdgebäck, erdgebäck. Erdgebäck, erdgebäck. Klapperstoich. 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 Der Stoich kommt da. Stoich? Stoich. Ah, was ist? Stoich? Wegen die Baby. Mhhhhh. Stoich. Klapperstoich. Ein Vogel. Kennst du eine Vogel? Ja. Was die Baby bringt. Stoich. Das ist Kindergarten, schatz. Komm, 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 keine Luft mehr. Gibt's nicht mehr? Da auch. Ah! 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 Ich war schon mal auf die drüben. Komm mal, das ist immer so ab. Ich hab da noch nicht. Ich hab da noch nicht. Da neben ist Reha. Da war ich gemütlich früher immer in Reha. Eine andere Seite. Ich hab da einfach die nächste Eingang, ich hab nicht die nächste Haupteiger. Die nächste Eingang. Ja, Reha. Ja. Ja, früher immer. Heute noch die Qualen wieder hier. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Na mal, komm mal auf. Der hat geschossen. Der hat geschossen. Der wurde gesagt, im Keller wäre geschossen. Im Keller. Soll das sein. So. Gut, komm mal jetzt. Den haben wir auch gesagt, zweimal lebt sich. Der hat geschossen. Danke. Danke. Danke.